Sie brauchen eine Klavierbegleitung aus dem Bereich Klassik, Jazz, Pop oder Musical für einen Auftritt, eine Prüfung, ein Casting oder einfach nur zum Üben? Sie suchen ein Playback von einem Pop- oder Musicalsong, haben aber keine Noten bzw. es gibt keine notierte Begleitung davon? Sie benötigen ein spezielles Playback in Bezug auf Ablauf, Tempo oder Tonart? Hier könnte ich Ihnen sicher weiterhelfen. Als studierter Pianist und Klavierlehrer verfüge ich über viel Erfahrung im Bereich Klassik, aber eben auch Jazz, Pop und Musical, auch durch meine pianistische Tätigkeit im Eventbereich. Hier spiele ich solistisch oder begleite Künstler bzw. meine Kollegen am Klavier. Wenn also keine speziellen Noten verfügbar sind, erarbeite ich mir Pop, Jazz und Musical Songs schnell nach Gehör und kann dann eine Playback-Begleitung erstellen. Hilfreich wäre hier natürlich nur eine Referenzaufnahme, z.B. MP3 oder ein YouTube-Link. Für klassische bzw. kammermusikalische Literatur benötige ich selbstverständlich eine Notenvorlage. Optional für Sie als Hilfe zum Einstudieren könnte ich dann auch eine zweite Fassung mit zusätzlich eingespielter Melodie aufnehmen. Das ist kaum mehr Aufwand. Zu meinen Kunden zählen unter anderem haben einige Hochzeitssängerinnen, die oft kurzfristig für ein Engagement einen Wunschsong des Brautpaares erfüllen müssen. Hier erstelle ich dann auch kurzfristig eine nötige Playback-Klavierbegleitung. Ist das für Sie interessant? Dann rufen Sie mich doch an. 02293 90 26 34. So könnten wir Ihre Wünsche direkt auch persönlicher durchsprechen. Oder schicken Sie mir einfach die Noten per PDF oder eine MP3-Datei oder einen YouTube-Link einfach per E-Mail zu an playback-at-hkh-piano.de und teilen Sie mir natürlich auch bitte Ihre besonderen Wünsche in Bezug auf Ablauf, Tempo und Tonabend. Ich nenne Ihnen dann gerne die voraussichtlichen Kosten und aufkommende Fragen könnten wir dann telefonisch oder per E-Mail klären. Weitere Infos, Hördemos und Referenzen finden Sie auf meiner Webseite hkh-piano.de slash playback. Auf Wiedersehen.